Herzlich Willkommen beim SV Schweig. Ganz besonders begrüßen möchte ich natürlich unsere Gäste von Dirksporn-Nunberg. Ja! Ja! Römer, Römer, Römer Ja! Ja, 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 ja! Hey! Hey, weiter, komm! 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 Genau, so wird er belohnt! Hey! 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 Komm! Ja, komm! Derigt hier, komm! Hör mal hin! Komm! 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 Komm, komm! 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 Richtig! Oh, nix! JAAA! JAAA! Jaa! JAAA! 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 3. 1. 1. 2. 3. 3. 5. 5. 5. 6. 5. 6. 6. 7. 6. Ja! Sind wir glatt? Ja sind wir glatt, beide! Ja! 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 Alleine! Ja! Ja! Der geht nicht ganz, Joll! Schillig! Der ist logisch! Klasse! Du bist der Beste! Wir gehen klasse gemacht, Junge! Klasse! Klasse! Beide, komm! Gump! Ja! Jörg! Ja! Auf geht's! Komm! Komm! Ja! 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 Abziehen!